Na gut, ab zum nächsten. Ja, willkommen. Ja, in der Folge sehen Sie, wie ich endlich einen ELO-Aufsteiger. Können wir sehen, aber wir wollen es hoffen. 500.000 Punkte Diana, vielleicht tut sie 150.000 Jenna, ne? Etwas dagegen. Ja, gut, Jenna. Ich guck auf die Top-Lane. Da ist nämlich gleich der Drake. Ich seh nicht. Nein, da müsste 1,30, glaub ich, irgendwie so kommen. Bei 1,20? Irgendwie so. 1,10? 1,20? Ich weiß es nicht. Oh, wir müssen ihm helfen. Ich seh nicht mit dir, Draco. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Draco, Draco. Draco, Draco. Die Diana zeigt direkt präsent. Hallöchen. Na? Was geht die denn so aggressiv? Was geht bei der? Schön nach Main. Achso, deswegen darf die aggressiv gehen, ah. Sie macht's ja einfach. Zumal ist sie irgendwie komplett durch? Ist das nicht? Du, 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 du. Jawollah. Gegen Diana. Nice. Also, sie wird sich später noch daran zurück ändern, wie sie uns abgefuckt hat. Und dann kommt die Rache. Das ist nicht gut. Was geht denn hier ab? Äh. Ich dachte, sie macht mehr damage. Äh. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Das war der... Ich geh mal kurz aus deinem Catch-Flash und kill dich. Fleisch. Fleisch, Fleisch. Die andere, die ist schon kein Bock mehr. Ach komm ey. Jawollah. Ja. Was ist das? Was macht der Sekter? Holy shit. Äh, hier ist ziemlich viel Action gleich. Katafit ist sehr, sehr gut. Okay. 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 Scheiße. Das hab ich irgendwie gefühlt. Fuck off, alter. Das ist echt stark. Okay. 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 Ohohoooo. Er ist einfach durch die Wand gegangen. Ja moin. Als ob nichts gewesen wäre. Alles klar. Nice. 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 That's a good story, Pasty. die Wladimir ist sehr stolz auf dich ja hey zum Hintern macht die da da kommt noch jemand ja, ja, ping mich mehr Otto Junge, Junge Junge, Junge 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 Ja, danke! Warte. Mensch. Oh, Gold. Oh. Was macht der da? Hä? Was macht sie da? Sind alle verwirrt hier, ich sag's dir. Die sind alle verwirrt. Die sind alle verwirrt. Die sind alle verwirrt. Ich stand doch hinter dir. Na, du bist weggegangen. Oh oh. Die sind alle verwirrt. Die sind alle verwirrt. Oh mama. Oh. Ja, warte. Die sind alle verwirrt. Nope. Ja achso. Hallo Diana. Mit schönem Date mit mir. um 500.000 jahre Prozent es ist sehr gut dass sie nicht ins Game kommt 8 1 6 3 0 und passiviert ich werde mit 0 4 wie er der Brüdelknabe ist 4 es reicht nicht aus ja so da kommt der Glibber Glibber ihn weg glibber 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 so was haben wir denn hier AD AP AP AD 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 Ja. Ja. Klar, wie die mich immer trifft. Ja. Ey, da kommt ein Glippi, Glippi. Und da kommt eine Katta, nicht noch? Alles klar. Bye-bye. Oh, da kommt noch einer. Hihihi. Mojo. Geh mal kurz hin. Nee, doch nicht. Oh. Mein Gott, Alter. Wie schnell ist die denn? Da ist einer. Da ist gar nichts. Aber der Katakult auch noch. Ja. Ja, dann komm doch, Katta. Mach hin. Danke für die Hilfe, Katta. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen überfordert die Frau. Unstoppable. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Ja. 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 Oh. Jetzt denkt die bitte was wenn sie Astrid von . . . . . . . Drakensponsiert Sieht aus wie möglich. Sieht aus wie möglich. Mörsel? Mörsel? Mörsel. Top durch. Okay, Cutters. Ich mach einen Spot durch mir Äh Okay Buh-bye Buh-bye Portion metal I smell death Die konnte dir Alter I und ich sie und das ein paar Leute ach komm mein abzug ja du kleine bitch ich bin nicht derjenige der die folge die ganze das ist der wirst du hast und ich habe mich an die youtube recht lieben schmierig 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 aber so was von klar ihr habt einen schraben, ein double kill ein double kill ein double kill an ally has been slain xD 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 Es ist nur ein langer Weg, es ist nicht ein langer Geheimnis. Ein Feind hat sich geflogen. Ein Feind hat sich geflogen. Das hätte mich beinahe wieder getöttert. Die dauert ja gar nix mehr an Leben! Oh Gott! Party Time! Putz! Der Nächste! 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 Der Nächste!